Endlich ist es soweit, der erste Sieg der Saison wurde endlich eingefahren und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC Analyse. Heute gibt es natürlich einiges zum Sieg zu besprechen, zum einen werde ich natürlich auf die Taktik eingehen, zum anderen werde ich natürlich auch besprechen, was dieses Spiel für die Zukunft bedeutet. Und ich würde sagen, wir verlieren zu viel Zeit und starten so weit rein und sprechen über die Startaufstellung, denn darüber sollte man definitiv sprechen. Es gab nämlich zwei Wechsel in der Startformation, zum einen ist Filip Oremovic nach seiner Sperre wieder zurückgekehrt, dafür ist Marta und Dahlia rausrotiert. Und für mich etwas überraschend kam wieder Ivan Zunic zu seinem nächsten Startdiff-Einsatz, für Boets ist er dementsprechend reinrotiert. Ansonsten blieb alles beim Alten, Neuzugang Augustin Rogel war natürlich noch nicht ganz bereit für das Spiel heute, er hatte erst ein, zwei Trainingseinheiten wirklich aktiv mitmachen können. Kevin Prince-Boateng fehlte kurzfristig aufgrund von Problemen, genauso wie Stefan Jovetic. Ansonsten blieb alles beim Alten und wenn wir über diese Partie sprechen, müssen wir auf jeden Fall über die ersten 45 Minuten sprechen, denn ich fände die ersten 45 Minuten überhaupt nicht gut. Denn dort hat bei Hertha BSC einfach wenig funktioniert, man war defensiv sehr, sehr anfällig und ein Problem war vor allem die hohe Fehlpassquote. Wir hatten es geschafft, ständig irgendwelche unnötigen Fehlpasse in unser Spiel zu integrieren und haben nach vorne nicht konsequent genug gespielt. Dort war vor allem die Entscheidungsfindung in der ersten Halbzeit wirklich katastrophal. Die erste Halbzeit basierte auf einer Taktik. Ijoki und Lüke Bakio gehen ins Dribbling und werden mit einem langen Ball geschickt. Und auch das hat insgesamt nicht so gut funktioniert. Mehr war bei Hertha Offensiv nicht zu erkennen. Die Idee mit dem Ball war kein Stück facettenreich. Dort hat es einfach an der Einbindung der Achter- und Außenverteidiger komplett gefehlt. Wir hatten keine offensiven Ideen, das Spiel zu gestalten, denn heute haben wir gegen den FC Augsburg gespielt. Der FC Augsburg ist eine Mannschaft, die über Konter versucht zu kommen. Wir hatten also zum ersten Mal die Aufgabe, das Spiel aktiv mitgestalten und kontrollieren zu müssen. Und ich finde, wir hatten einfach in der ersten Hälfte nicht gesamt uns genug Möglichkeiten erarbeitet und waren einfach zu starr in der Offensive. Das heißt, insgesamt hat dort Tempo, Bewegung gefehlt und das war ein riesen Hindernis, um die erste Halbzeit auch erfolgreich zu bestreiten. Und wenn wir ehrlich sind, hatten wir in der ersten Halbzeit sogar ein bisschen Glück. Dort kam es natürlich zu einem Latten- bzw. Pfostentreffer. Zum anderen müssen wir festhalten, dass Filip Oremic für seinen Foul durchaus sich nicht beschweren darf, wenn dort die Notbremse gezeigt wird und er die rote Karte sieht. Das war schon sehr grenzwertig. Und wir haben halt gesehen, dass definitiv noch einige Fehler im gesamten Team vorhanden sind. Sunic und Serdar haben im Zusammenhang kein gutes Spiel gemacht, haben beide super viele Fehlpässe gespielt. Und es war insgesamt zu wenig Zug nach vorne zu erkennen, weshalb wir auch insgesamt im Mittelfeld nicht diese Überlegenheit hatten. Weil das Mittelfeld nicht aktiv mit nach vorne agiert hat und dort vor allem die Ballaktionen im letzten Drittel gefehlt haben. Aber natürlich, in der zweiten Halbzeit lief dann natürlich vieles besser. Wenn man sich diese Halbzeit anschaut, dann hat man gesehen, dass es dort viel, viel besser lief. Wir hatten ständig natürlich die Spieler mit der individuellen Qualität vorne, Ijoki, Lüke, Bakio, die natürlich ständig Druck gemacht haben. Und wir haben uns in der zweiten Halbzeit auch einfach mehr Torschancen erspielt. In der zweiten Halbzeit hatte Augsburg mehr Ballbesitz als wir. Wir konnten aber sechs Schüsse mehr absetzen. Wir haben neun Schüsse in der zweiten Halbzeit abgesetzt und wir haben auch insgesamt einfach besser gespielt. Wir hatten sehr viele Großchancen, insgesamt drei Stück und wir haben unsere Chancen effektiv genutzt. Und ich habe etwas im Vorbericht gesagt, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dort habe ich gesagt, wir müssen effektiv werden. Ohne Effektivität gewinnen wir keine Spiele und zack, sind wir ein Spiel halbwegs effizient und zack, können wir direkt mit drei Punkten nach Hause fahren. Das war eine wichtige Eigenschaft heute, dass wir unsere Chancen auch genutzt haben. Denn mehr Chancen, so richtig Großchancen hatten wir auch gar nicht. Wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft, auch natürlich Augsburg unter Druck zu setzen. Mit einem Treffer von Dueluke Bakio nach einer wunderbaren Flanke von Mami Plattenhardt, hatten wir es dann natürlich noch leichter. Denn dort haben wir so ein bisschen aufgespielt und dann lief der Spielverlauf natürlich zu unserem Gunsten. Und das war, wie ich finde, sehr, sehr gut. Das Spiel sollte man insgesamt trotzdem immer noch kritisieren dürfen. Auch wenn wir hier heute gewonnen haben, war nicht alles perfekt. Wir wissen, worauf wir jetzt aufbauen müssen und wir wissen aber vor allem, was wir noch besser machen müssen. Die Einbindung des Mittelfelds in die Offensive war eindeutig auch in der zweiten Halbzeit bei Weib nicht perfekt. Aber dort ist Boetius reingekommen und hat einen super Job gemacht. Hat dort sehr viele einfache, klare Pässe gespielt, die dann auch einfach angekommen sind. Und auch natürlich, Luka Thyssa muss ich heute loben. Einer, der arbeitet. Der gibt jedes Spiel mehr als 100% und ich habe das Gefühl, dass Luka Thyssa hier langfristig bei uns eine Säule werden kann. Das Tor von Lüke Bakio hat der ganzen Partie nochmal einen neuen Schwung reingebracht. Und das hat dazu geführt, dass wir danach frei aufgespielt haben. Dass wir danach tatsächlich offensiv im Angriffsfußball gespielt haben. Auch wenn wir mit Martin Dardy einen defensiven Spieler eingewechselt haben. Ich würde das Spiel am besten so zusammenfassen. Wir waren nicht wirklich gut. Eigentlich waren wir ja schon fast teilweise ganz schön schlecht. Aber Augsburg war schlechter. Wir haben heute die Schwächen vom FC Augsburg genutzt. Die Offensivschwäche der Augsburger, die haben wir heute ganz klar gesehen. Und dafür haben Marc Euberkamp und Filip Oremic über weite Strecken tatsächlich einen guten Job gemacht. Und dann natürlich, als wir auf Fünferkette umgestellt haben, inklusive Martin Dardy, war dort kein Durchkommen mehr für den FC Augsburg. Denn diese haben in der offensiven Variabilität einige große Probleme. Es war ein dreckiger Sieg. Aber das ist scheißegal. Wir haben die Punkte. Und die Punkte bringen uns dann am Ende in den Klassenhalt. Nicht die Niederlagen, in denen wir gut spielen. Wir müssen weiter trotzdem an den negativen Aspekten des Spiels arbeiten. Und im Training natürlich hier dort nochmal etwas justieren. Kommen wir zur Punktevergabe des heutigen Spiels. Fangen wir mal an mit Oliver Christen. Christen hat teilweise einen guten Eindruck gemacht. Aber teilweise wirkte er auch, wie gesagt, immer noch ein bisschen nervös. Heute, wie ich finde, hat er insgesamt sehr gut gespielt. Hat am Ende auch nochmal mit seiner Parade den Konter eingeleitet. Wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht. Siebeneinhalb von zehn Punkte. Mavi Platten hat Vorlage gegeben. Immer noch in der ersten Halbzeit zu drehstruktiv gewesen. Ohne Tempo. Ohne wirklich nach vorne Zug zu zeigen. Wie ich finde, doch die Vorlage gleicht einiges aus. Sechseinhalb von zehn Punkte. Mark Everkamp war, wie ich finde, der beste Verteidiger. Sieben von zehn Punkte. Oremovic darf sich nicht beschweren, wenn er rot sieht. Das kann man durchaus so geben. Gott sei Dank hat das Harmen Osmas einmal nicht so gemacht. Und deshalb Oremovic nur fünf von zehn Punkten. Jean-Jo Kenny. Wir haben zu null gespielt. Kenny hat in der zweiten Halbzeit auch wieder einen frischeren Eindruck gemacht. In der ersten Halbzeit war er teilweise wirklich zu fehleranfällig. Also das war echt gruselig, was dort teilweise für Fehlpässe zusammengespielt worden sind. Jean-Jo Kenny insgesamt da ja fünfeinhalb von zehn Punkten. Luka Tussar viel gearbeitet, viel geackert, gibt 100% sieben von zehn Punkte. Ivan Sundic hat heute, wie ich finde, auch einen sehr, sehr frischen Eindruck gemacht. Hat heute nochmal ein bisschen Frische, vor allem in der zweiten Halbzeit gegeben. Kriegt auf jeden Fall sechseinhalb von zehn Punkte. Suat Serdar fand ich heute gar nicht so gut. Fand ich wirklich heute sehr extrem schwach. Dort erwarte ich mir von Suat deutlich mehr. Denn seine Qualität zeigt er leider zu selten auf dem Platz. Fünf von zehn Punkte. Julio Lüke Bakio kriegt, wie gesagt, das Tor war phänomenal. Ansonsten wieder teilweise Ball versprungen, Teil Ball verdribbelt. Er kann es trotzdem besser. Sieben von zehn Punkte. Wilfried Kanga viel gearbeitet, viele Bälle behauptet. Viele versucht, also oft versucht, den Mitspieler in Zähne zu setzen. Hat leider nicht immer geklappt. Acht, ach, acht sage ich schon. Fünfeinhalb von zehn Punkte. Denn er ist leider bis hierhin noch glücklos. Joke kriegt von mir sechseinhalb von zehn Punkte. So ein Spieler in den eigenen Reihen zu haben, ist einfach verdammt geil. Ich glaube, an ihm werden wir noch jede, jede Menge Spaß haben. Und Boetius kriegt von mir übrigens heute sieben von zehn Punkte. Das war, wie ich finde, einfach brillant, was er teilweise für Pässe gespielt hat. Am Ende möchte ich auch noch einmal festhalten, was das für eine unglaubliche Geschichte ist. Marco Richter trifft seit einer 90 Minute zum 2 zu 0. Es war wunderbar gemacht von Selke. Es war toll gemacht von Marco Richter. Es ist unglaublich, dass er bei seinem Auswärts-Comeback trifft, gegen seinen Ex-Verein. Eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Es war Gänsehaut, als er natürlich getroffen hat. Ich bedanke mich bei Marco Richter, dass er natürlich getroffen hat und uns den Sieg gesichert hat. Und hoffe, dass Richter in Zukunft auch bei uns noch viele weitere Tore schießen wird. Denn er ist einfach ein fantastischer Fußballspieler. Das müssen wir so festhalten. So, an dieser Stelle war es das mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir ganz gerne auf Instagram, um in Zukunft nichts zu verpassen. Dort werde ich jetzt immer alles in Storys posten und so weiter und so fort. Like gerne dieses Video, es soll euch gefallen haben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020